Eilmeldung, Legalisierung und schlechte Nachrichten. Die Legalisierung kommt nicht ganz so schnell wie geplant. Vielleicht. Für diesen Freitag wäre die erste Lesung des Bundestags über das Cannabis-Gesetz angesetzt gewesen. Jetzt ist es aber aufgrund der weltpolitischen Lage so, dass morgen, Donnerstag, 9 Uhr, eine Regierungserklärung des Bundeskanzlers erfolgt. Mit anschließender Debatte im Bundestag. Heißt, alle anderen Tagesordnungspunkte verschieben sich nach hinten. Und ausgerechnet die Debatte über das Cannabis-Gesetz, die erste Lesung im Bundestag, die wird abgesagt. Die soll dann die Woche drauf nachgeholt werden. Aber eigentlich hätte am 16. Oktober eine Sachverständigenanhörung im Gesundheitsausschuss stattfinden müssen. Zum Cannabis-Gesetz. Dieser Termin ist dann nicht haltbar, wenn nächste Woche ja erst die erste Lesung stattfindet. Und nicht schon diesen Freitag. Aktueller Zeitplan ist also erste Lesung nächste Woche, Expertenanhörung im Ausschuss am 6. November. Und dann die zweite und dritte Lesung am 16. November. Das heißt, wenn alles richtig glatt geht, dann könnte zum 01.01.2024 noch legalisiert werden. Aber, das ist die gute Nachricht, es gibt von Seiten der Grünen und der FDP immer noch die Bestrebung, die kritisierten Punkte zu korrigieren. Nämlich die Abstandsregelungen zu Schulen, Jugendeinrichtungen, insbesondere den Anbauvereinigungen. Und die Obergrenze von 25 Gramm im Besitz und die Neuregelung des Anbaus. Das alles könnte tatsächlich noch besser werden als im aktuellen Entwurf. Also, weiterhin bitte Daumen drücken.